Es ist eine schwierige Saison, die Rückrunde wird ganz wichtig sein, aber auf meine Sicht, die Mannschaft präsentiert sich, wenn man vergleiche, von den letzten Jahren viel besser. Also gut, er hat die Mannschaft übernommen, als die Mannschaft fast tot war und er hat diese Saison drin geblieben, wo keiner mehr geklaut. Und dieses Jahr, wie gesagt, mit den gleichen Spielern ein oder anderen, die dazugekommen sind, macht die Sache im Moment ganz okay. Er hat ein bisschen Pech in ein oder anderes Spiel gehabt, zu Hause, wenn ich gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich ein paar Plätze mehr hochgeglittert. Aber ja, also ich glaube, der ganze Blick ist jetzt auf die Rückrunde, ja. Für die Rückrunde, glaube ich, also wir haben ein bisschen die Vorbereitung gesehen, war nicht so erfolgreich, glaube ich, in den Fronten Spielen. Und wenn ein oder andere verletzt sind, hat wahrscheinlich die Mannschaft ein bisschen Probleme, also hoffe ich nicht. Gleich am Anfang, ich glaube, hat er einen schwierigen Start und dann, ich glaube, die ersten paar Spiele sind ganz wichtig und dann gucken wir nachher, wo die Mannschaft landet.